Hallo meine Lieben, das Thema heute ist, was bedeutet es für dich, in deiner Kraft zu stehen? Und viele sind der Meinung, wenn ich in meiner Kraft stehe, dann bin ich ein Macher und dann muss ich tun und dann bin ich nur aktiv. Aber in Bayern haben wir diesen schönen Satz, in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich möchte dich daran erinnern, weil dieses Machen ist oft nur Aktionismus. Aber wirklich in seiner Kraft zu stehen, bedeutet, ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, wie ich es tue und ich mache das Ganze in dem Vertrauen, dass ich weiß, was ich tue. Und das kann sehr still sein. Oder es bringt mich in einen wundervollen Flow, wo mir einfach die Dinge leicht von der Hand gehen, weil ich in meiner Kraft bin. So, schau für dich, was ist deine Art, wie du in deiner Kraft stehst, wie du in deiner Kraft lebst. FaktionIST 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 Vielen Dank.